wo ich lande team kamerad verblutet ja das gleich abhauen nein ich hab ich hab den dass du weißt dass du nicht nur den hast du weißt dass da eine gegner gerade sind alter ist sofort gestorben ich hab halt hier einen gehabt was war das denn das war gerade messer stechereien frankfurt aller sind die alle kaputt ja der gegner hat unser mate niedergestochen und dann komme ich von hinten und stech den ab aber da waren doch drei leute oder so die hier gelandet sind da bin ich blöd ich glaube du bist blöd alles gut was will siri jetzt siri going okay siri wird manu battlefield spielen wird manu das spiel spielen was mensch ist der united ach manu 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 hier vor uns schüsse tapas nicht so weit weg ich glaube das ist noch dazwischen drin das ist weiter hinten dran sicher dass da der ist weg aber nicht wir nicht von uns ja das sind drei leute drei leute da hinten hinter dem stein sind drei leute einer rippt nach links einer genockt sieht es halt echt nicht einer ist kommt es geht zu ihm und will ihm die reifen oh ich bin gleich tot ich habe einen weg genockt hinter dem haus nein da hat ein junger warum schießt nicht mit der direkt bei mir ist einer ich versuche mal zu euch zu machen boah das aller dauert jahre ist immer noch hinter dem häuschen ich verstecke mich hab ihn schön gemacht ja ich werde wieder belüht ich habe einen kamerat verblutet klar haben wir es alle danke ja ich habe einen kill von dem ersten ja nein da jetzt jetzt haben wir es alle alter sorry zwei kills auf jeden fall haben wir sie ja 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 wie der einfach noch da steht kein problem da kam da gerade was an von hinten ich weiß es nicht ist da nicht was gefahren warum habe ich keinen platz mehr für die muni das bein von dem da war junge also die mg geht ab man ich weiß nicht ich weiß nicht oh ich muss mal kurz ans telefon ehrlich jetzt kann man nicht zurück rufen ich warte hier bei mike nicht dass da irgendeiner noch von hinten kommt nicht sorry leute das sind drei vier leute bei uns vor mir vor mir vor mir vor mir vor mir hab ich ihn keine ahnung keine ahnung die sind halt gerade aus dem panzer raus hol mich ach ne im mittel nice hol uns holst du ihn dann gerade nochmal ja ja fuck der feuersturm ne der ist ein bisschen außerhalb achso wir sind noch weit weg achso du meinst der feuersturm ich dachte du meinst die v1 rakete die da glaube ich auch noch kam ey diese waffe ist so eine ekelhafte wie heißt die diese wo man zerstelligen muss damit man nicht ziehen kann da kam ich ja genau richtig leute hör mal bei mir ruf ey ruhen tapps liegt irgendwo in der pampe ich hab die noch platte ich steck hier ein bisschen in deckung vielleicht an dem haus da vielleicht ich weiß nicht doch da ist einer glaube ich rechts von dem haus ich komme wieder näher zu euch bei dem kaputten haus glaube ich bin mir nicht sicher ja der ist sofort gestorben sofort gestorben ich brauche ne neue waffe bitte ok wir haben nur noch 7 ok hat jemand nochmal ne platte oder ist alles alle sieht nichts aus hier hier eine ok ok jetzt habe ich wenigstens ne waffe wo ich zielen kann der tomato die spielt schießt er spielt ja ja der ist da links junge schießen die gut den müssen wir haben einen getroffen der indian schießt das aber gut mit einen getroffen wieder ja warum pusht der alter ist der behindert der ist da hinter dem fels noch da ein hit der hat 100 schaden bekommen der eine wo ist denn der einer ist noch hinter diesem felsen wo ich gemarkert habe und der andere ist hinten dran links weggelaufen Achtung die schießen mit dem was von rechts ist glaube ich von dem haus glaube ich ich gehe mal hoch zu michi da sind wir wahrscheinlich erstmal besser aufgestellt ja ich sehe die halt nicht wenn die da im gras liegen lassen das ist auch sau schwer im gras im schnee lassen sich hinten auch weg gehen lassen sich auch selbst positionieren wir müssen nicht jetzt jeden pushen hier ist auch wahr ganz entspannt sieben gegner die sollen sich flexen und dann kommen wir eben könnten die links hier flanken vielleicht wo ist er direkt vor mir ich habe ihn vor ja ich muss ihn pushen hinter diesem hügel ja hier glaube ich ja direkt bei euch da hab ihn auch sofort gestorben noch heilung da ist keine heilung das ist keine heilung ich habe auch nur noch drei ich habe gar keine platten mehr platten kann ich geben das wäre super naja warte mal einen Spot hä ach ne ich habe nur noch eine deswegen werf ich dich sofort ab sorry was ist das für eine level 2 Stand was habe ich für eine Heufe der steht auch nice der hat noch mal einen mittlerer Panzer und ich nehme die mal auf und nichts gebracht die ich sehe na dann ich gehe mal an die Brücke ja ja ich gehe da auch mit vielleicht war unter der Brücke einer nicht sicher dann lass doch unter die Brücke gehen alle oder ja der ist einer links einer ist ausgeschaltet hast du den getötet ja er ist tot auf der Brücke auf der Brücke und jetzt so leicht links davon ich muss heilen links von der Brücke so ein Stück warte danke über der Brücke über mir über mir über mir er hat nichts mehr nix mehr 0,0 hat er ich habe irgendeinen gehippelt aufgenockt noch einer ja ja ne sieg ja wuuuuh menes tschüss 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 tschüss